Wir sind am Mittwochabend in unserem Mittwochabend-Bibelstudium. Schon wieder ist es Mittwoch geworden, Zeit vergeht Woche für Woche. Sonntag, nach dem Sonntag ist immer vor Mittwoch und nach dem Mittwoch ist immer vor dem Sonntag. Es geht Schlag auf Schlag und wir nehmen die Mittwochabende ganz spezifisch und ganz bewusst und ganz absichtlich, Vers für Vers durch das Johannesevangelium zu gehen. Wir sind jetzt schon drei Wochen lang im vierten Kapitel. Wir sind, genauer gesagt, jetzt schon drei Wochen lang bei der Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen. Also heute ist der vierte Teil nur dieser Passage, Johannes 4, Vers 1 bis 42 geht die Geschichte. Also wir haben vier Teile nur mit der Frau am Jakobsbrunnen. Diese Geschichte ist so, 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 so wichtig, weil es uns so viel lehrt für unseren Glauben und über das Leben und über das ewige Leben. Und ich möchte etwas ganz betonen, bevor wir heute starten. Dieses Vers für Vers Bibelstudium, das wir machen, wir haben es gemacht mit dem Hebräerbrief, mit dem Daniel, mit dem, keine Ahnung, ich habe jetzt überhaupt schon vergessen, was wir alles gemacht haben. Hiob haben wir gemacht, viele Prediger haben wir gemacht und viele andere Bücher der Bibel haben wir bereits Mittwochabend Vers für Vers durchstudiert. Die findet man alle auf unserem YouTube-Kanal. Aber eines, was wir letzte Woche gelernt haben, ist, Gott sucht wahre Anbeter. Gott sucht wahre Beter oder wahre Anbeter. Und die, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und der beste Weg, jemand zu werden, Gott in Wahrheit anzubeten, ist, die Wahrheit immer besser kennenzulernen. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir sein Wort nicht kennen, können wir ihn tatsächlich nicht wirklich in Wahrheit anbeten. Um in Wahrheit anbeten zu können, muss ich die Wahrheit wissen. Das heißt, je mehr ich über Gott weiß, über das, wer er ist, wie er ist, je mehr ich über die Wahrheit weiß, umso klarer und deutlicher und vielfältiger kann ich ihn in Wahrheit anbeten. Das ist die eine Seite. Im Geist anbeten bedeutet nicht im Heiligen Geist anbeten. Das Wort im Griechischen ist nicht der Heilige Geist, sondern der Geist des Menschen. In Wahrheit im Geist mit dem Feuer, mit der Leidenschaft, mit der Hingabe, mit einem Brennen. Den Herrn mit einem feurigen Geist in Wahrheit anbeten. Ich wollte das klarstellen, weil manche glauben, dass das vom Heiligen Geist redet. Der Heilige Geist ist wichtig, weil er in uns lebt und unserem Geist dieses Feuer gibt. Aber das Wort im Griechischen ist nicht der Heilige Geist, sondern tatsächlich der Geist des Menschen, der anbetet. Und zwar in einer feurigen, brennenden, geisterfüllten Art und Weise beten wir ihn in Geist und Wahrheit an. Ich will das nur betonen, weil im griechischen Urtext geht das ganz klar hervor, dass da nicht steht, wir beten im Heiligen Geist an, was wir natürlich tun, aber es steht tatsächlich, wir beten im Geist an und das genaue Wort ist für den menschlichen Geist, also im Geiste, in dieser Hingabe, also eigentlich mit Hingabe und Wahrheit. Und wir haben gesagt, die Juden hatten die ganze Wahrheit, aber keinen Geist. Also denen fehlte die Leidenschaft, das Feuer, das war nur Religiosität, das waren nur alte, richtige Dinge, aber für sie war es nicht lebendig. Und die Samariter hatten weder die Wahrheit noch wirklich den Geist. Also die Samariter brauchten die Wahrheit und die Juden brauchten ein Brennen im Geist, sozusagen. Das wollte ich sagen. Genau. Heute schauen wir uns an die Verse 27 bis 42. Das heißt, wir beenden heute tatsächlich diese fantastische Geschichte von der Frau, der dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Und genau, lesen wir jetzt einmal die Verse Johannes 4, Verse 25 bis 42. Und dann gehen wir darauf ein und erläutern sie. Ich lese Vers 25 bis 42. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi ist. Er aber sprach zu ihnen. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander. Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine säet, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau Willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig, und jetzt pass auf die heutigen Worte, das ist der Titel der Predigt heute, der Stunde heute, dass dieser wahrhaftig, der Retter der Welt, der Christus ist. Der Retter der Welt, der Christus ist. Also Jesus Christus ist der Retter der Welt. Und hier in diesem Abschnitt dieser Geschichte können wir auch sehr, sehr viel lernen. Was haben wir bis jetzt gelernt? Jesus war in Judäa und dort wurde es ein bisschen brenzlig. Johannes der Täufer wurde schon verfolgt. Jesus wurde immer größer und populärer. Die Leute liefen zu ihm. Und Jesus hat gesagt, ich gehe nach Galiläa, wo er dann über ein Jahr seinen galiläischen Dienst gemacht hat. Und es steht geschrieben, er musste durch Samarien reisen. Und er musste nicht wirklich durch Samarien reisen. Rein geografisch gesehen war es die schnellste Route. Aber die meisten Juden hätten eine andere Route gewählt. Aber es hat ihn gedrängt, durch Samarien zu reisen, weil es dort, wie wir herausgefunden haben später, eine Begegnung, eine von Gott bestimmte Begegnung gab mit einer Frau an diesem Brunnen in Sychar, dieser Stadt in Samarien. Und dort sagt Jesus, als er sich hinsetzt, müde von seiner sechsstündigen Reise circa, gib mir zu trinken. Und sie sagt, was? Du, ein Jude, redest mit einer Frau und bittest sie, um etwas zu trinken. Und Jesus sagt zu ihr, Frau, wenn du wüsstest, wer da mit dir redet und wer ich bin, würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wir lernen also etwas ganz Wichtiges. Ewiges Leben, lebendiges Wasser ist das ewige Leben. Jesus gibt ewiges Leben, lebendiges Wasser. Also nicht das, was wir in der Welt bekommen, das vergänglich ist, sondern ewiges, lebendiges Wasser, das ist eine Metapher für ewiges Leben. Und Jesus sagt, du würdest mich nur darum bitten und ich gebe dir ewiges Leben oder lebendiges Wasser, sprich ewiges Leben. Wie bekommen wir ewiges Leben? Indem wir Gott darum bitten. Wir können es nicht verdienen, erarbeiten, wir können nichts tun, um es zu bekommen, außer ihm zu vertrauen, ihm zu glauben und ihn darum bitten. So bekommt man ewiges Leben, indem wir ihn bitten und indem wir an ihn glauben und an das, was er getan hat. Wir lernen ganz klar, dass der Mensch von der untersten Schicht, eine Frau, die eine Sünderin war, die hätte nur Bitten brauchen und sie hätte es bekommen, was sie auch getan hat und sie hat es dann bekommen. Und sie hat dann mit ihm diskutiert, sie hat gesagt, okay, gib mir dieses Wasser und Jesus sagt zu ihr, okay, bevor wir das tun, hole deinen Mann, den möchte ich auch dabei haben. Und sie sagt, ich habe keinen Mann, was bestenfalls eine Halbwahrheit war, denn sie war mit fünf Männern verheiratet, jetzt war sie mit dem Sechsten zusammen, aber sie hat keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, das stimmt, du hast fünf Männer gehabt und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann, darum hast du gesagt, die Wahrheit gesagt, ich habe keinen Mann. Also Jesus hat ihr zumindest zugute gehalten, dass sie einen Teil der Wahrheit gesagt hat. Jesus ist schon wunderbar, nicht wahr? Also, er nimmt, was er hat, weißt du, er arbeitet mit dem, was er hat und er ist gütig und gnädig und liebend und wir sehen das so deutlich, er hatte nicht viel, mit dem er arbeiten konnte, aber das, womit er arbeiten konnte, das hat er genommen, er hat seine Gnade, seine Güte, seine Erbarmen hier strahlen lassen. Das ist so unendlich gigantisch. Und dann hat er sie zur wahren Anbetung geführt. Zuerst sagt er, okay, du brauchst das lebendige Wasser, du brauchst ewiges Leben und alle, die dieses lebendige Wasser bekommen, werden zu wahren Anbetern. Und zwar zu solchen Anbetern, wo es überhaupt nicht darauf ankommt, ob es auf diesem Berg ist oder auf diesem Berg, auf Berg Garizim oder in Jerusalem oder im Stephansdom oder in diesem Gebäude oder auf der Wiese irgendwo oder egal wo du bist. Ich kann dir sagen, ich habe Gott zum ersten Mal so richtig erlebt in der katholischen Kirche. Ich war ein 12-, 13-jähriger Junge. Ich bin kein römisch-katholischer Mann. Ich habe meine Probleme mit dem römischen Katholizismus. Aber die erste richtige, fette Begegnung mit Jesus, wo ich über eine Stunde geheult habe als 12-, 13-jähriger Junge, das kann mir niemand sagen, das war nicht der Heilige Geist. Ich habe das so was von stark erlebt, weil in einer katholischen Kirche ein echter, gläubiger Priester hat gepredigt, eh fast so lange wie ich meistens, so 40, 45 Minuten und der Gottesdienst dauerte drei Stunden lang und dieser Mann, dieser Priester, lebt schon lange nicht mehr, war aus Rosenheim damals, rübergekommen nach Salzburg, wo wir wohnten. Der hat eine Art Erweckung erlebt und da sind wir hingegangen. Da ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Nein, war auch nicht alles perfekt. Im Gegenteil, heute, wenn ich zurückblicke, da waren ein paar komische Dinge auch dabei, aber ich sage dir was. Es ist nicht der Ort, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt keinen heiligen Ort mehr im Neuen Testament. Was ist, es ist ganz hart für unsere Birnen. Weil alle wollen wohin pilgern. Nicht wahr? Alle wollen es pilgern. Ich rede jetzt nicht von uns hier, ich rede von die Masse, die wollen wohin pilgern und wollen irgendwo Gott erleben. Ja, ich war bei Golgotha und ich war beim Grab von Jesus und ganz ehrlich, ich habe nicht mehr gespürt, wie hier heute Abend oder sonst wo. Es gibt keine heiligen Plätze. Und das ist so wichtig. Es ist wichtig, dass wir in Geist und Wahrheit anbeten. Darum geht es. Und dann also, jeder, der das lebendige Wasser bekommt, das ewige Leben, wird zu einem Anbeter Gottes, einem Anbeter Jesu. Warum ist das wichtig? Denn Jesus aufzunehmen und an ihn zu glauben, bedeutet, oder ist gleichzusetzen, mit ihm anzubeten. Echter Jesus-Nachfolger, jemand, der neu geboren wurde, betet Jesus an. In Geist und Wahrheit. Das heißt, wenn du die Lippen bewegen kannst, solltest du sie auch bewegen. Du musst nicht, aber ich frage mich, warum nicht? Wenn du den Herrn anbetest, in Geist und Wahrheit, dann bist du ein gottgefälliger Anbeter. Man kann ihn auch still anbeten, aber wichtig ist, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir ihn in Wahrheit anbeten und im Geist. Das heißt, zuerst redet er mit dir über das lebendige Wasser und dann redet er mit dir über die wahre Anbetung. Und der gesamte Abschnitt, der gesamte Abschnitt handelt von Mission oder Evangelisation. Viele Menschen in dieser Stadt kamen zum Glauben an Jesus Christus. Sie kamen zum Glauben an Jesus Christus. In dieser Passage ist Jesus, wenn du so möchtest, ein Evangelist. Man könnte das so sagen. Er ist ein Evangelist. Er spricht mit einer Frau über ewiges Leben. Und diese eine Frau geht und erzählt es einem ganzen Dorf oder sogar einer ganzen Stadt weiter, wovon sie zum Glauben kommt und viele in ihrer Stadt kamen zum Glauben. Also, wir können lernen aus diesem Abschnitt, dass Jesus ziemlich am Anfang seines Wirkens bereits evangelistisch unterwegs war, missioniert hat, evangelisiert hat. Der ganze Abschnitt hat ein Ziel, nämlich, dass das Bekenntnis von Vers 42, nämlich, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Das ist das Ziel. Das ist der letzte Vers in diesem Abschnitt. Ich lese ihn noch einmal. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Das ist das Ziel der gesamten Passage, um Menschen zu Jesus zu führen, um sie dazu zu bringen, dass sie ihn anbeten und bekennen als Retter der Welt. Warum ist das wichtig? Im Kapitel vorher, welchen Vers zitieren wir fast jedes Mal, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, da es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Hier sehen wir, dass sie erkannt haben, er ist der Retter der Welt und im Kapitel 3, Gott hat die Welt so sehr geliebt, bereits im Kapitel 1, im Prolog, wird deutlich gemacht, er kam in diese Welt. Er kam in diese Welt. Das heißt, die gute Nachricht, das Evangelium, kommt in diese Welt. Und die ganze Passage mit der Frau am Brunnen, alle 42 Verse, der ganze Abschnitt, ist eine gewaltige Evangelisation, eine gewaltige Mission, die Jesus hier erfüllt. Zuerst eine Person, die er abholt und dann innerhalb von zwei Tagen durch diese Frau und durch sein eigenes Wort nach oben drauf, kommen unzählige Menschen, viele, steht geschrieben, zum Glauben an ihn. Zuerst aufgrund des Zeugnisses der Frau und dann, weil sie ihn selbst gehört haben. Ich will, dass du das verstehst. In dieser Passage lernen wir unter anderem, wie wichtig Gott Evangelisation ist, Mission ist, wie wichtig ihm das Erreichen der Welt ist. Und wenn ich so Mission sage oder Evangelisation sage, liebe Leute, da meine ich natürlich nicht, dass wir in ein fremdes Land ziehen oder dass wir, keine Ahnung, das Happel, das Happelstadion gibt es nicht mehr, irgendein Stadion mieten und eine Großveranstaltung machen, das ist gar nicht so wirksam. Viel, viel wirksamer ist, was wir im privaten Leben mit Menschen machen, wie wir mit ihnen umgehen und wie wir ihnen das lebendige Wasser bringen. Hundertprozentig. Ich habe einiges drüber gelesen und ich habe jetzt die Prozentsätze vergessen, aber es werden mehr Leute erreicht und gewonnen und vor allem auch dauerhaft behalten im Glauben über One-on-One, über Eins-zu-Eins-Geschichten als über große Konzerte und Evangelisationen, die weltweit veranstaltet wurden. Wobei ich nicht gegen diese bin. Billy Graham zum Beispiel hat Großartiges gewirkt und Louis Palau in Südamerika war ein ähnlicher Mann, der Stadien gefüllt hat, der, ich kenne persönlich Menschen, die ins Hotelzimmer gingen, ich kenne einen ganz persönlich, der wollte sich das Leben nehmen an diesem Abend im Hotelzimmer, er wollte noch irgendwas tun oder was erledigen und wollte sich dann das Leben nehmen und dreht den Fernseher auf und da war Billy Graham im Hauptabendprogramm und zitiert Johannes 3, Vers 16. und der Mann geht auf die Knie und nimmt Jesus an. Also wir sind nicht gegen diese Dinge, aber du musst wissen, effektiver ist es, wenn wir im privaten Leben jeder einen gewinnt für Jesus. Dann sind wir viel schneller fertig. Viel, viel schneller fertig, wenn einer den anderen zum anderen gehen würde, das wäre viel effizienter. Beides sind gute Wege, aber Jesus hat ja deutlich gezeigt, durch einen Menschen, den er gewonnen hat, wurde dann über diese eine Frau, die zu Jesus kam, die die ganze Stadt erreicht. Das will Gott hier deutlich machen. Dann Johannes 1, 29, da hat Johannes der Täufer gesagt, seht das Lamm Gottes, pass auf, dass die Sünde der Welt hinweg nimmt. Wiederum das Wort Welt. Im Johannes 3, Vers 17, der Vers nach dem Vers 16, den ich jetzt nicht mehr zitiere, aber im Vers 17 steht, denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Dreimal das Wort Welt. Also Johannes will hier deutlich machen, vor allem durch die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, er will deutlich machen, dass Jesus der Retter der Welt ist. Johannes der Täufer deklariert es, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Und jetzt ganz überraschend, eine große Gruppe von Menschen aus einer Stadt in Samarien, die deklarieren, was haben sie deklariert? Im Vers 42, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Sie haben diese Samariter am Ende dieses Abschnitts ganz deutlich bekannt. Sie machen diese Aussage, sie machen die Deklaration, Jesus ist der Retter der Welt. Das war ihr Conclusio, das war ihre Schlussfolgerung, nachdem sie Jesus zwei Tage erlebt haben, nachdem die Frau ihnen zuerst Zeugnis gab, dann erlebten sie ihn zwei Tage, überlegt ihr, wie diese zwei Tage gewesen sein müssen. Das muss ja sensationell gewesen sein. Jesus ist zwei Tage in deiner Stadt, das war jetzt keine Weltstadt wie Wien, das war vielleicht mehrere hundert, mehrere tausend Leute, wenn überhaupt. Und Jesus war zwei Tage da und diese Menschen kommen zum Großteil zum Glauben an ihn. Er ist der Retter der Welt. Samarien war nicht Juden, das war nicht jüdisch, das war heidnisch, das war für die Juden Abschaum. Und die wurden betrachtet als Brennholz für die Hölle. So haben sie sie genannt. Die Heiden sind das Brennholz für die Hölle. So haben sie das bezeichnet. Und sie hatten noch etwas, ein Jude hat mit keiner Frau auch nur geredet in der Öffentlichkeit. Ein Ernstmeiniger hat mit seiner eigenen Frau in der Öffentlichkeit nicht geredet. Und den Töchtern wurde die Tora gar nicht gelehrt. Es war Zeitvergeudung, nur den Jungs. Schlimm. Aber damit du weißt, was das bedeutet, eine Frau am Jakobsbrunnen und Jesus redet nicht nur mit einer Samariterin, aber mit einer Frau, was das bedeutet. Und Jesus wirft das Ganze über den Haufen. Es ist ihm völlig egal. Und diese Menschen machen diese Aussage, er ist der Retter der Welt. Ein monumentaler Moment in der Weltgeschichte, ein monumentaler Moment in der Erlösungsgeschichte. Warum? Die unwahrscheinlichsten Kandidaten. Die unwahrscheinlichsten Kandidaten dafür. Sünder, Verstoßene, keine Bürger Israels, beschränktes Verständnis vom Alten Testament. Die Samariter glaubten nur die ersten fünf Bücher Mose und dann den Rest nicht mehr. Die hatten nur 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Den Rest war für sie kein Wort Gottes mehr. Und sehr beschränkt und so weiter. Aber die Samariter hatten eine Erwartung auf den Messias. Zumindest eine Messias, ihre Version eines Messias. Wie kann das sein, dass Jesus nicht den hohen Priestern diese Wahrheit verkündigt hat, nicht den Rabbis, nicht den Priester, nicht den religiösen Juden, sondern diesen verhassten Leuten. Ganz einfach. Ihr habt es alle schon aus dem Buch Jona gelesen, oder? Jona, Jona, Gott hat ihm aufgetragen, geh nach Nineveh. Das ist die Hauptstadt von Assyrien, die übrigens in diese Geschichte hineinspielen. Die Assyrer haben das Nordreich genommen, haben sich vermischt und daraus wurden die Samariter. Das passt schon zusammen. Und Gott hat zu Jona gesagt, geh nach Nineveh und verkündige ihnen meine Worte. Und Jona wollte nicht. Und wir lernen dann, dass Jona deswegen nicht wollte, weil er wusste, dass Gott gnädig ist. Ich lese da das, das ist lustig. Jona 4, Vers 1 und 2. Jona ärgerte sich darüber voller Zorn. Das ist das letzte Kapitel von Jona. Gott hat die Assyrer, also die Ninivianer, die Leute aus Nineveh, verschont, hat seine Aussage, sie zu zerstören, revidiert, weil sie Buße getan haben und seine Güte, seinen Langmut, seine Gnade, sein Erbarmen walten lassen. Und das hat Jona geärgert. Jona ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn betete er zu Jahwe. Ach, Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich nach Taschisch fliehen. Ich wusste doch, das ist fast lustig, ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohtene Unheil leid tut. Warten, ich wusste, du wirst ihnen vergeben und du wirst sie am Leben lassen. Und traurigerweise, war ganz Israel eine Nation von Jonas. Gott trug Jona, wie gesagt, aus nach Nineveh zu gehen, Busse zu predigen. Wenn sie umkehren würden und glauben würden, würde er ihnen vergeben. Jona wollte nicht gehen, weil er wusste, Gott ist ein Gott voller Barmherzigkeit. Und irgendwie erinnere mich die Israeliten zur Zeit der Frau hier am Jakobsbrunnen an Jona, die überhaupt kein Interesse hatten. Überhaupt kein Interesse hatten, diesen Leuten die Hand zu reichen, die Gnade Gottes erbarmen oder sonst etwas. Sie hegen Ablehnung für die Heiden. Die Juden, damals zur Zeit, wo Jesus da am Brunnen sitzt, die Juden hegen Ablehnung für die Heiden. Du darfst nicht vergessen, die Samariter sind nicht Teil der jüdischen Welt. Sie sind Teil der nicht jüdischen Welt und für die Juden absolut nicht relevant. Also keine Leute, mit denen man Zeit verbrachte. Heiden. Im Johannes 4, Vers 22, also ein paar Verse vor unserer heutigen Passage steht, wo Jesus zu ihr sagt, ihr Samaritaner, betet zu Gott ohne ihn zu kennen. Also Jesus sagt, ihr kennt ihn gar nicht. Ihr könnt gar nicht in Wahrheit anbeten, weil ihr ihn gar nicht kennt. Wir jedoch wissen, wir Juden, Jesus nennt sich einen Juden, wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Inwiefern kommt das Heil für die Menschen von den Juden? Durch das geschriebene Wort, die Heilige Schrift. Wir wissen, dass die Heilige Schrift, von der jüdischen Welt stammt, Mose und die Propheten und so weiter. Die Heilige Schrift ist von den Juden und das lebendige Wort. Wer ist das lebendige Wort? Der Messias, Jesus. Also sowohl das geschriebene Wort als auch das lebendige Wort kommt von den Juden. Daher sagt Jesus hier, wir beten das Richtige an, denn das Heil kommt von den Juden. Sie haben nicht im Geist angebetet, aber sie haben die Wahrheit gehabt. Und im Römer 3, Vers 2 steht, sie haben den Vorteil, also es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, sagt Paulus, aber sie haben den Vorteil, dass ihnen die Worte Gottes übergeben wurden. Aber es war nicht für sie alleine. Sie sollten eine missionarische Nation sein. Die gute Nachricht von dem einen, wahren und lebendigen Gott und seinem Reich in alle Welt tragen. Das hätten sie tun sollen. Das war die Aufgabe der Juden. Die Aufgabe der Juden war, die Botschaft, die Gott ihnen gegeben hat, ihnen zugewiesen hat, in die Welt zu tragen. Und das hätten sie tun sollen. Im Jesaja 42, 1 bis 8, ich lese es nicht, da steht, der Messias wird ein Licht sein für alle Völker und alle Nationen. Jesaja 49, Vers 6, er sagte, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen, die verschonten Israels. Ich habe dich auch, also nicht nur für euch, sondern auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Die Israeliten waren berufen, ein Licht für die Nationen zu sein, dass mein Heil, dass das Heil Gottes das Ende der Erde erreicht. Und dieser Vers wird in der Apostelgeschichte von Barnabas und Paulus zitiert, nämlich Apostelgeschichte 13, Vers 47. Da zitieren sie Jesaja 49, Vers 6. Die ganze Botschaft der Apostelgeschichte ist, dass die gute Nachricht bis in den letzten Winkel der Welt oder der Erde kommt. Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judea, Samarien und bis an die Enden der Erde. Im Kapitel 10. Petrus ist im Haus von Cornelius. Und da wird die erste Heidenfamilie gläubig an Jesus. Und dann Paulus, Kapitel 13. Die Botschaft wird in alle Welt getragen. Es gibt noch so eine Sache im Kapitel 8 der Apostelgeschichte. Im Kapitel 7 sehen wir, dass Stephanus gesteinigt wird. Und dann steht, dass sich das Volk zerstreute. Die Diaspora, die Zerstreuung. Und im Kapitel 8 sehen wir, dass ein gewisser Philippus zuerst wo ist? In Samarien. Und dann führt er einen äthiopischen Kämmerer, der gerade in Jerusalem war und bei einem Fest, der gerade Jesaja gelesen hat, Kapitel 53. Und Philippus redet mit ihm von dieser Passage her, von dem Lamm, das geschlachtet wurde und so weiter und so weiter. Redet er über Jesus und der Mann will sich taufen lassen, wird gläubig, lässt sich taufen. Kann ich mich gleich taufen lassen? Ja, da ist Wasser, bleib mal stehen. Glaubst du wirklich? Ja, ich glaube, er hat sich gleich taufen lassen. Das ist Kapitel 8. Und da war Philippus in Samarien. Manche oder die meisten Theologen glauben, dass das die gleiche Stadt war, wo Jesus hier am Jakobsbrunnen war. Es ist nicht sicher, wir wissen es nicht, aber es kann durchwegs sein. Die Briefe des Neuen Testaments geht deutlich hervor, dass Jesus das Sühnopfer ist für die gesamte Welt. Im 1. Korinther 5, Vers 18 bis 20, in Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Die Welt mit sich selbst versöhnt. Jesus ist der Retter für die Welt, für alle, die glauben. Und die Kehrseite ist, die Welt hat nur einen Retter. Einer. Nochmal, ganz wichtig. Jesus ist der Retter für die Welt, mit viele. Die Welt hat nur einen Retter. Einer. Also, durch Jesus werden viele gerettet, aber es ist nur ein einziger Weg. Im Kapitel 4, der Apostelgeschichte 12, steht, in keinem anderen ist die Rettung zu finden. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Diese Wahrheit bekennen die Samariter im Vers 42. Er ist der Retter der Welt. Genau das ist das Ziel dieser Passage. Ich bin der Christus. Ich bin der Retter der Welt. Das ist die Botschaft, die wir hier lernen. Und wir dürfen nie vergessen, wir lernen aus dieser Passage so viel, was wir schon besprochen haben, über das lebendige Wasser, über wahre Anbetung und so weiter. Aber was wir auch lernen ist, wie wichtig Mission ist, Evangelisation ist, mit Menschen auf einer 1 zu 1 Basis über das Leben, das ewige Leben zu sprechen. Das ist unsere Aufgabe. Das Christentum ist nicht das Christentum ohne diesen missionarischen Gedanken. Der ist tief verankert im christlichen Glauben. Im Judentum nicht so, zum Beispiel. Gar nicht. Die sind ziemlich happy mit sich selbst. Aber wir Christen, wir Christen haben einen Missionsbefehl. Geht in die Welt. Macht zu Jünger. Alle Völker. Tauft sie in meinem Namen. Etc. Das ist ganz klar vorhanden. Und ohne dem haben wir, das ist unsere Verpflichtung, das ist unsere Verantwortung. Natürlich in der heutigen Zeit wird uns natürlich vorgeworfen, wir wollen anderen Menschen etwas aufdrücken oder unsere Meinung aufdrücken. Und das sollte man nicht. Man sollte jedem das überlassen, was er glauben will. Aber das ist zutiefst unchristlich, dieser Gedanke. Wenn man die Kur für etwas hat und ich sage es dir nicht weiter, wenn du zum Beispiel eine Krankheit hast oder ein Leiden hast und ich habe die Lösung für dich und ich gebe dir das nicht weiter, dann ist das ja wohl brutal fast, oder? Dann ist ja das überhaupt nicht liebevoll. Weißt du, warum Jesus uns die Wahrheit sagt? Weißt du, warum er mit dieser Frau über ihre Sünde gesprochen hat? Weil er liebevoll ist, weil er gnädig ist, weil er erbarmend ist und weil er ganz klar weiß, es gibt Dinge, die machen uns kaputt, die machen uns fertig. Das heißt, wenn wir in der heutigen Welt uns umschauen und diese Toleranz, die wir überall sehen, diese falsche Toleranz, man muss alle lassen, das ist komplett lieblos. Wenn ich jemanden liebe, dann bestätige ich ihn nicht, wenn er Geschlecht wechseln will. Dann hilfe ich ihm, seine Identität zu finden, seine wahre Identität in Jesus Christus. Amen. Die Wahrheit ist Liebe. Nicht jedem, ich helfe dir dabei, den nächsten Fehler zu machen. Und Jesus hat auf den sechsten Mann, was er alles gewusst hat, auf den sechsten Mann, hat er nicht gesagt, okay, schauen wir, dass wir es jetzt hinkriegen. Nein. Er hat ihr gesagt, hey, das ist wieder nichts. Er hat ihr die Wahrheit gesagt. Menschen zu lieben bedeutet ihnen wirklich auch reinen Wein einzuschenken, ihnen die Wahrheit zu sagen. Und das tut die Gesellschaft heute nicht, weil sie von Liebe wenig weiß, weil diese Toleranz, die hier überall sichtbar ist, keine Liebe ist, sondern was ganz was anderes. Und es ist eigentlich Nonsens in Wirklichkeit und irre, richtig und Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass es Freunde gibt, die dem anderen nach dem Mund reden, obwohl sie wissen, hey, das ist gar nicht gut für dich, aber ich sage dir lieber, ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich dabei, obwohl sie eigentlich, ich wissen, in Wahrheit ist das der falsche Weg. Nein. Wir wollen Menschen die Wahrheit sagen. Jesus hat diese Frau ganz klar konfrontiert mit ihrer Sünde, aber mit Liebe. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass man zur Erkenntnis der Sündhaftigkeit kommen muss, um auch die Not eines Retters zu verstehen. Warum verstehen viele Menschen in unserem Land die Not eines Retters nicht oder die Not für ihre Retter nicht? Weil sie gar nicht ihren Zustand kennen. Sie glauben, sie sind so wunderbar und gut und lieb und wir haben uns alle lieb. Weißt du, was ich meine? Manchmal, wenn ich das sehe, wäre ich schon ein bisschen zornig. Vor allem, wenn ich es von gewissen Leuten sehe, die so heucheln. Liebe ist doch nicht, ich meine, das Herz ist wunderbar, aber du weißt, was ich meine. Das ist dieses, hey, ich bin so tolerant und ich lasse allen machen. Das ist nicht Liebe, liebe Leute. Das ist nicht Liebe. Und Jesus hat uns das ganz klar gezeigt. Er war nicht, er war liebevoll mit ihr. Er hat sie schon mit Sanfthandschuhen angefasst. Er hat ihr gesagt, hey, wenn du mich bitten würdest, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und hey, selbstverständlich kannst du lebendiges Wasser, aber bring mal deinen Mann zuerst. Lass uns reden mit dem Mann. Genial. Kein Vorwurf in dem Sinn, aber deutlich auf ihr Problem hindeutend, auf ihre Sucht, von einem Bett zum nächsten zu glauben, der nächste ist es oder was immer. Und das hat Jesus so wunderbar uns vorgezeigt, ohne sie zu verlieren im Prozess, ohne sie zornig zu machen im Prozess. Im Gegenteil, sie immer neugieriger zu machen, aber ganz klar ihr zu sagen, was es geschlagen hat. Ganz wichtig. Er hat auch die Sünde angesprochen. Und ich möchte Folgendes sagen. Wenn Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist, und ich glaube das nicht, ich hebe beide Hände, ich glaube das von ganzem Herzen. Wenn Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist, dann ist es, von ihm nicht zu erzählen, eigentlich ziemlich brutal. Ziemlich lieblos. Nicht wahr? Weil wenn Jesus der ist, der er gesagt hat, dass er ist, und der ist er, dann will ich doch jedem erzählen, wie wunderbar er ist. Weil das ist ihre größte Not. Es ist also ziemlich arg, wenn ich es für mich behalte. Nicht wahr? Und das ist der Grund, warum der christliche Glaube ein missionarischer Glaube ist, denn wir können gar nicht uns zurückhalten in Wahrheit, von ihm zu erzählen. Neulich hat sich jemand ein neues Auto gekauft, einen richtig coolen Wagen. Ich glaube, der hat mir drei Monate erzählt, dass er einen neuen Wagen hat. Und wie cool der ist, dass er nach drei Monaten immer so neig ist und schon wieder nicht mehr das aller Neue, oder nicht mehr so cool ist, weil, wer weiß, alles veraltet und alles wird einmal langweilig wieder. Ist so. Die schönsten Sachen werden langweilig. Aber hey, oder dein Kind gewinnt die Fußballmannschaft mit seinem Verein in der Bezirksliga. Ich glaube, du postest das überall hin auf Facebook und Instagram und jeder soll es wissen, richtig? Oder kaufst du sogar ein Autoaufkleber. Mein Kind ist Fußballmeister. Weißt du, was ich meine? Wir tun das ja. Wir reden über Dinge, die uns begeistern. Nicht wahr? Und als Christen, und das Problem, weißt du, was das Problem ist? Dass manche Christen es wirklich schlecht machen. Komisch machen. Sagen wir es so komisch. Dass sie Leute irgendwie knebeln oder niederhalten, fast schon fesseln wollen oder keine Ahnung was. Nein, wir müssen schon ein bisschen weise sein, oder? Wir müssen sie ein bisschen ködern. Ja, das ist ein positives Wort. Ködern. Wir müssen sie einfach gewinnen. Gewinnen. und das ist, was Jesus hier getan hat. Er hat diese Frau auf wunderbare Weise gewonnen. Das Evangelium ist für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und ich möchte dir jetzt was sagen, was für mich etwas ist, wo ich immer mehr, für mich persönlich, immer mehr, ich sage mal, Erkenntnis gewonnen habe. weil die Frage wird mir in letzter Zeit immer öfters zugetragen und die Frage ist, was passiert bei Menschen, die nie von Jesus hören? Ich glaube mittlerweile, dass die Antwort ganz einfach ist. Das habe ich neugierig gemacht, oder? Ich glaube, dass sie ganz einfach ist. Ich habe die Apostelische auf und ab gelesen, ich habe mir Gedanken dazu gemacht und was ich sehe ist, jeder, jeder, der aufrichtig nach der Wahrheit sucht, findet sie. Das glaube ich von ganzem Herzen. Wer suchet, der findet. Ich glaube, dass deswegen, weil Jesus für alle Menschen gestorben ist und Jesus die Wahrheit ist, natürlich der einzige Weg, aber ich glaube, wenn jemand nach der Wahrheit sucht, wenn jemand aufrichtig nach Gott sucht, dann wird er die Wahrheit finden. Beim äthiopischen Kämmer haben wir das gesehen, der war kein Christ, war ein zum Judentum übergetretener Suchender, liest Jesaja, begegnet Philippus, der teleportiert wurde vom Heiligen Geist, von Samarien, genau dorthin, wo der war, er war ein Suchender, er hatte die Antwort und da haben wir es. Und das kann auch am Sterbebett passieren und es kann auch durch eine Erscheinung passieren, es kann einem Moslem passieren, was wir auch immer wieder hören, am Sterbebett oder irgendwo in einem Traum. Ich glaube, von ganzem Herzen, jemand, der nie von Jesus gehört hat, aber wirklich das Verlangen hat, die Wahrheit zu finden, der wird von Jesus nicht im Stich gelassen werden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Okay, das weiß ich, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Jeder, der sucht, wird finden. Und wenn er den Namen Jesu nie gehört hat, weil er in irgendeinem Kaff in Indien geboren ist oder keine Ahnung wo, in der Wildnis, im Dschungel, wenn jemand die Wahrheit sucht, wird er sie finden. Okay, gut. Und darum geht es. Jesus, der Retter der Welt. Gehen wir die Versen nochmal ganz kurz durch und kommentieren wir und dann sind wir fertig. Im Vers 27 steht, also Jesus war mit dieser Frau zusammen, der letzte Satz war, ich bin's, der mit dir redet. Was meint er? Ich bin der Christus, ich bin dieser Christus, ich rede gerade mit dir. Und dann steht, das ist ganz wichtig, Vers 27, Nächster Vers. Also Jesus sagt gerade das Höchste, was er sagen kann. Ich, der mit dir rede, bin es. Sie sagt, wenn der Christus kommt, wird uns alles sagen. Er sagt, ich, der mit dir redet, ich bin. Ego, Emi im Griechischen. Nicht ich bin es, sondern nur ich bin. Wow. Und der nächste Vers. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete, doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? In der neuen evangelistischen Übersetzung steht hier, in diesem Augenblick, in die, können wir das einblenden bitte, ganz wichtig, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. In diesem Augenblick. Wo waren die Jünger? Sie waren in eine der samaritischen oder samaritanischen Städte gegangen, um Essen zu kaufen. Ja. Spannend, dass zwölf Jünger gleichzeitig Essen einkaufen müssen. Aber ich glaube, man braucht heute zwölf Männer zum Einkaufen gehen, weil wir kennen uns hinter und vor nicht aus. Aber die waren zu zwölf einkaufen. Ich glaube, zwei hätten gereicht, oder? Ich denke einmal schon, oder? Eine Frau hätte gereicht und zwei Männer auf jeden Fall. Aber Jesus wollte sie weghaben. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus sie absichtlich weggeschickt hat. Und damit Jesus diese Begegnung alleine mit ihr haben konnte. Die Einstellung Jesu zu Frauen war ganz anders wie die Einstellung seiner Jünger oder anderen Juden. Ich will, dass du siehst, ein gewaltiger Prozess geht hier ab. Es sind in dieser Geschichte, bitte aufpassen, es gibt in der ganzen Geschichte keine körperlichen Wunder. Keine physischen Wunder. Aber die übernatürliche Hand Gottes ist so gewaltig sichtbar. Die Allwissenheit Jesu, fünf Männer hast du gehabt, der sechste ist nicht dein Mann, konnte nur Gott wissen. Die Dinge, die hier passieren, sind so wundervoll. Es sind geistliche Wunder, wenn du willst. Was hier passiert, bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nochmal, Jesus geht 30 Kilometer oder mehr. Er kommt genau zum richtigen Moment dort an. Die Frau kommt genau zum gleichen richtigen Moment dort an. Auf die Minute. Die Jünger sind weg. Jesus ist alleine. Er braucht Wasser. Er führt sie dazu, dass sie erkennt, dass sie ihn braucht. Und dann am Höhepunkt seiner Aussage, genau in diesem Augenblick kommen die Jünger zurück. Ganz wichtiger Punkt. Genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus ihr sagte, er ist der Christus. Wären die Jünger früher gekommen, hätten sie sich vielleicht eingemischt. Wären sie später gekommen, hätten sie gar nicht mitbekommen, dass Jesus hier eine so wichtige Konversation hatte. sie kamen genau zur richtigen Zeit vom Essen kaufen zurück. Jesus kam zum richtigen Zeitpunkt an, die Frau kam zum richtigen Zeitpunkt an, dann gab es die Begegnung und die Jünger kommen genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Sie sehen, Jesus, das tun, was er will, dass sie tun. Nämlich, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Jedes, der Teil in dieser Geschichte ist die Vorsehung Gottes. Jesus ist Gott. Gott ist der Gott über alle Zeit und Abläufe. Wir sehen hier die göttliche Vorsehung. Und sie fragen sich, ein Mann redet mit einer Frau, ein Jude mit einer Samariterin, warum bleiben sie still? Sie sagen nämlich nichts, sie denken nur. Sie beginnen zu lernen, sie beginnen zu vertrauen, sie beginnen zu sehen, was der Meister macht und sie beginnen zu fragen, übrigens reife Christen, hinterfragen Gott nicht. Sind nicht enttäuscht, nicht schockiert. Warum sind wir nicht enttäuscht, nicht schockiert? Weil wir vollkommenes Vertrauen haben. Weißt du, wie man unreife Christen kennt? Endlose Fragen. Warum und wieso und ich bin schon wieder enttäuscht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Zeichen von unreifen Christen. Reife Christen, egal was kommt. Ich habe heute ein Gespräch mit jemandem gehabt, im Interview, er hat ja ein Interview gemacht, da ist es vorgekommen, wie ich bete und so. Ja, ich bete für alles. Ich bete auch, dass mein Sohn gesund wird. Ich bete all diese Sachen. Und wenn er gesund wird, preis dem Herrn. Und wenn es nicht so passiert, wie wir es wollen, hat Gott einen anderen Plan, dann wird etwas anders aus ihm und dann wird das so vielleicht anders, wie wir uns das vorgeben. Aber denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Reife Christen sind nicht enttäuscht, nicht schockiert. Sie sind vollkommen im Vertrauen, ob das Gebet so erhöht wird oder anders erhöht wird. Aber unreife Christen haben diese Vorstellungen. Ich habe jetzt für eine Blondine gebetet, sie ist nicht gekommen in mein Leben. Oh mein Gott, wo warst du? Versteht ihr, was ich meine? Diese unreife, ständige Fragen. Aber die Jünger werden schon langsam reifer. Aber du siehst, was da abgeht. Dinge passieren nicht einfach so. Er hat die Kontrolle, er hat einen Plan. Mein Plan ist nicht wichtig, sein Plan ist wichtig. Er ist 28. Nun ließ die Frau in den Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Warum hast du den Wasserkrug stehen lassen? Keine Ahnung, ich kenne die Frau nicht. Nein, Spaß. Sie hatte es wahrscheinlich eilig. Wir wissen es nicht. Ehrlich gesagt, wir können nur spekulieren, aber wahrscheinlich hatte sie es eilig, weil sie in die Stadt laufen wollte, um den Leuten zu sagen, was sie gerade erlebt hat. Vielleicht wollte sie auch den Krug Jesus überlassen. Der Krug war ziemlich schwer noch dazu. Übrigens, das Wort für diesen Krug ist dasselbe Wort wie für die Weingrüge. Genau. Das gleiche griechische Wort. Und die fassten, glaube ich, 25 Liter. Schwer. Also sie wollte schnell in die Stadt laufen, hat den Krug zurückgelassen und vielleicht hat sie auch an Jesus gedacht, dass er ihn vielleicht braucht zum Wasser schöpfen. Wer weiß. Vers 29. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie lauft in die Stadt, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Sie sagt also, kommt und seht. Macht euch euer eigenes Bild. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Sie war bekannt, sie wussten es wahrscheinlich. Aber was mich ein bisschen beschäftigt hat heute, warum schämte sie sich nicht mehr? Sie verlor ihren Charme. Oder ihre Charme. Sie verlor ihre Charme. Sie konnte nicht warten, davon zu erzählen. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Freunde, ihre Charme war weg. Das kann nur ein gereinigtes Gewissen. Zwischenfrage. Erzählst du gerne von Jesus? So wie diese Frau. Die konnte sich nicht mehr halten. Und dann sagt sie, ob dieser nicht der Christus ist? Sie hat nicht gesagt, ich bin dem Messias begegnet. Ich glaube, sie hat weise gehandelt. Dann hätte sie gesagt, ich bin dem Messias begegnet, hätten sie vielleicht ausgelacht. Sie hat gesagt, ob dieser nicht der Christus ist, schaut es euch selber an. Sie war voller Freude. Es gibt ein Kapitel im Lukas Evangelium, Kapitel 15. Da geht es um das verlorene Schaf, die verlorene Münze und den verlorenen Sohn. Drei Gleichnisse, eine Wahrheit. Dann steht, der Hirte, der das eine Schaf gefunden hat, war voller Freude. Die Frau, die die Münze wieder gefunden hat, war voller Freude. Und der Vater war voller Freude, als der Sohn zurückkam. Und dann steht noch geschrieben, im Himmel ist noch viel mehr Freude über einen Sünder. Also jedes Detail in dieser Geschichte deutet auf den Messias hin. Und bevor Johannes, der Evangelist, jetzt erzählt, was weiter geschieht mit der Frau, mit der Stadt, erzählt, gibt er den Jüngern einige Anweisungen. Lesen wir Vers 31. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi is. Da sehen wir wieder ein Hinweis auf die Menschheit Jesu. Sie haben ihn immer essen gesehen. Es war normal, dass Jesus gegessen hat. Gott isst natürlich nicht, aber als Mensch hat er gegessen. Er war 100% Gott, 100% Mensch gleichzeitig. Vers 32. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen wir jünger zueinander. Hat ihn denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus redet von geistlicher Speise wieder. Ganz wichtig, das war keine Leugnung des Bedarfs an körperlicher Nahrung, sondern zeigte, was für Jesus oberste Priorität hatte und wo seine größte Erfüllung war, nämlich den Willen Gottes zu tun. Und dasselbe möchte er auch für uns, dass wir unsere größte Erfüllung finden im Willen Gottes. Im Gotteswerk. In der Erlösung auch. Aber ist es nicht so, dass man auf den Hunger vergisst, weil man gerade viel Freude hat? Ist es nicht so, dass man, ich meine, Jesus hat sicher was gegessen demnächst hier, aber ist es nicht so, dass man unter gewissen Situationen aufs Essen vergisst oder weil das, was man gerade macht, so gewaltig ist? und das erfüllt ihn. Das bringt ihm Freude. Im Hebräer 12, Vers 2 steht, er ging ans Kreuz und er duldete die Schmach und Schande und das Leiden aufgrund der vor ihm liegenden Freude. Diese Arbeit hat ihn erweckt und auferbaut. Es war für ihn Nahrung, den Willen Gottes zu tun. Es ist Nahrung für uns, Gottes Willen zu tun. Ich glaube, je mehr wir für Gott tun, umso weniger brauchen wir für uns selbst. Er kannte nicht nur ihre Vergangenheit, er erkennt auch die Zukunft. Im Vers 35 geht es weiter. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Was Jesus sagt ist, die Ernte ist jetzt. Er prophezeit, dass diese Menschen heute zum Glauben an ihn kommen werden. Er sagt hier, in vier Monaten wird die Ernte sein. Manche glauben hier, dass es hier vielleicht Dezember war, weil im April und so, im April ungefähr war die Ernte, aber das wissen wir nicht. oder dass es nur eine Metapher war. Ich glaube, was Jesus hier sagen will, ist, normalerweise sind Monate zwischen Saat und Ernte. Aber ihr werdet jetzt sehen, es gibt jetzt, es wird heute eine Ernte geben. Er prophezeit, dass diese Menschen heute zum Glauben an ihn kommen werden. Es gibt auch da noch den Satz, sie sind schon weiß zur Ernte. Manche meinen, weil die Samariter immer so weiß gekleidet waren und immer noch sind. Die 800 Samariter, was es da gibt, die kleiden sich, soweit ich weiß, weiß, ob nur zu bestimmten Festen oder regelmäßig, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber sie sind oft weiß abgebildet. Ich glaube, dass Jesus vom Brunnen Richtung Stadt geschaut hat und gesehen hat, wie die Menschen in seine Richtung gekommen sind. Sie sind zu ihm gekommen. Er sah die Leute aus der Stadt der Samariterin auf ihn zukommen und forderte seine Jünger auf, ihre Augen zu öffnen und das reife Erntefeld zu sehen. Vers 36, Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Semen und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Das kann man also auch allgemein verstehen. Auch heute noch, es gibt Leute, die säen, es gibt Leute, die ernten, aber Gott gibt das Gedeihen. Im 1. Korinther 3, Vers 6 bis 8, Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber ließ es wachsen. Darum zählt weder der pflanzt oder säet etwas, noch der bewässert, sondern Gott, der wachsen lässt. Ob einer pflanzt oder ob er bewässert, gilt gleich viel. Jeder wird seinen Lohn erhalten, entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Ist mir schon oft passiert, dass jemand zum Glauben kam, der schon jahrelang vorbereitet oder wo schon viel gesät wurde und wir durften ernten hier. Umgekehrt genauso, jemand hat hier das Evangelium gehört, ist hier nicht gläubig geworden, und später habe ich davon gehört, er ist irgendwo bereits im Dienst und dient dem Herrn Jesus. Lange nachdem er hier weg ist, ungläubig von hier weg und irgendwo anders dann hat jemand geerntet. Der eine seht, der andere erntet. Der Seemann ist nichts, der Erntter ist nichts, sondern nur Gott, der das Gedeihen gibt. Vers 39 bis 42, machen wir es fertig. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn und des Wortes der Frau wählen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samaritern zu ihm kamen, baten sie ihn bei ihnen zu bleiben und er blieb zwei Tage dort und noch viel mehr. Leute glaubten um seines Wortes willen. Also die Prophezeiung Jesu wurde wahr. Er hat quasi im Vers 35 prophezeit, es wird eine Ernte geben, nicht in vier Monaten, sondern jetzt wird es eine Ernte geben. Also er erkannte auch die Zukunft. Er wusste nicht nur alles über die Frau, er wusste auch bereits im Voraus, dass diese Leute in Samarien zum Glauben kommen würden. Vers 42, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Er ist der Retter der Welt. Die Bezeichnung Retter der Welt kommt nur hier und noch einmal im ersten Johannesbrief, glaube ich, vor. Also genau diese Worte, der Retter der Welt. Es kommt nur zweimal im Neuen Testament vor und interessant ist, es ist möglich, es ist eine Möglichkeit, dass die Form dieses Bekenntnisses Retter der Welt, dass Jesus der Retter der Welt ist, etwas mit der Art und Weise zu tun hat, wie die Menschen über die römischen Kaiser damals dachten. Zum Beispiel, Kaiser Augustus hatte den Beinamen Retter der Welt oder Tiberius oder Claudius oder Nero. Also die gaben sich auch als Götter und wurden auch als Retter der Welt betrachtet. Vespasian, Hadrian vor allem. Hadrian, diese Kaiser im römischen Reich wurden als eine Art Retter der Welt betrachtet. Und sie ließen sich auch als solche feiern. Und die Samariter erkannten, nein, 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 der wahre Retter der Welt ist nicht der Kaiser, sondern Jesus. Jesus ist der Christus, er ist der Retter der Welt, nicht ein Kaiser, nicht der Kaiser ist Herr, sondern Jesus ist Herr. Jesus ist der wahre König. Und das haben die unwahrscheinlichsten Menschen. Denke mir an die unwahrscheinlichsten Menschen heute, die das Evangelium erfahren, wo du das nie glauben würdest. Unterste Liga, nicht religiös, weit weg vom Glauben. Aber sie erkennen, er ist der Retter der Welt. Das ist da passiert. Und das ist ein Vorbild für uns. Jeder Mensch da draußen ist das Missionsfeld. Jeder. Jeder Homosexuelle, jeder Ehebrecher, jeder Transsexuelle, jeder Betrüger, jeder Mörder, jeder Terrorist. Natürlich schützen wir uns vor Leuten, weil wir uns schützen, wenn wir geschützt sind. Aber in Wahrheit ist das alles Missionsfeld. Alles Sünder, die Jesus brauchen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein heiliges Wort, das Wort Gottes. Ich danke dir so sehr für diese wundervolle Geschichte mit der Frau im Jakobsbrunnen. Wir sehen da keine physischen Wunder, aber wir sehen die wundervolle Vorsehung Gottes. Ein geistliches Wunder nach dem anderen. Du weißt die Vergangenheit der Frau, du kennst die Zukunft dieser Stadt, du alles, was zu dieser Begegnung führte, war genau von Gott getimt zum richtigen Zeitpunkt. Bist du dort gewesen, ist die Frau dort gewesen, sind die Jünger zurückgekommen, alles vollkommen so vorbereitet, dass so viele Menschen an diesem Tag dich kennenlernen durften. und es ist ein Beispiel und Vorbild für uns heute, ja genau das zu tun. Mit Menschen über das Leben zu reden, über das lebendige Wasser. Danke und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, in Jesu Namen. Amen. Ich bin so froh und auch so dankbar, dass du diese Botschaft bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, dass du viel Nutzen, viel Segen und viel Kraft für dein Leben und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus daraus ziehen konntest. Wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest, dann bitte abonniere unseren Kanal Oase Church und aktiviere auch die Glocke und mach ein Gefällt mir unter jedes Video und auch jeder Kommentar, den du hinterlässt, hilft uns extrem. Bitte mach das. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, dann geh einfach auf oasechurch.tv schrägstrich geben. Wir sind so dankbar für jede Unterstützung und du sollst wissen, dass wir ohne deine Unterstützung niemals so viel bewegen können, wie wir bewegen könnten. Bitte unterstütze uns, danke dafür. Es ist gewaltig, was wir bewegen können, wenn wir es gemeinsam tun. Möge unser Herr Jesus Christus mit dir sein, jeden Tag unseres Lebens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Perfect.